Erster Tag der Hingabe Novena, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut, komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut, komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut, Jesus selbst hat die Worte dieser Novene dem heiligmäßigen italienischen Priester Don Dolin de Rue Tolo diktiert. Erster Tag. Gebt euch ganz mir hin. Jesus spricht zur Seele. Warum lasst er euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern. Und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich, das bewirkt, was ihr ersehnt und eure donnenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem ihr sagt Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kinderlieb Und allen deinen Segen gib Und allen deinen Segen gib